Willkommen zurück zu Minecraft! So! Entrieg dir das monumentale Tor. So! Von hier kommen wir und da gehen wir durch. So! So! So, wir sollen jetzt da durch, aber wir haben irgendwo jetzt noch die Truhe. Hier hinten, ne? Genau. Pfeile sind immer wichtig. Okay. Pfeile sind immer wichtig. 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 Fliege zur Zitadelle! Äh, das war ungünstig gerade. Na toll, jetzt bin ich hier wieder unten. Ach, ich muss hier lang, aah. Ah. 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 Okay. Aber was hat sich jetzt geändert? Da steht Tor geöffnet, aber wo? Hier nicht? Da oben oder was? Da geht es ja auch nochmal lang. Nein. Ja. Nein, würde ich sagen, oder? Teleportationsgewänder. Die Gewänder der Teleportation wurden von jenen gefertigt, die ihr Leben dem Studium der Rätsel des Endes gewidmet haben. Zum Teleportieren rollen. Das will ich dumm ausprobieren. Ach so. Toll. Ja. 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 Noo. Ah, die sind einfach alle viel schwächer. Das nervt. man kriegt hier haufen theoretisch besseren staff aber es ist doch schwächer als das was wir momentan benutzen das ist schade ok damit er jetzt nicht gerechnet es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Über 3000 Smaragde, soviel hatten wir noch nie. Nee! Oh, nee! Bleiben wir noch kurz hier, zum Heilen. Also, ein großer Mega-Hound dich schon ganz schön ran... Äh... Ah... So, bin ich jetzt aus Versehen irgendwie wieder richtig, oder was? Oh, wie geht's denn hier? Oh, nein! Das war's für heute. Erinnert mich grad echt irgendwie so an Black Mesa in der Xen-Welt. Geht's gar nicht mehr da oben oder was? Okay. Geht's gar nicht mehr da oben. Ich bin richtig so wie's aussieht, oder? Geht's gar nicht mehr da oben. 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 Gut. Geht's gar nicht mehr da oben. Vielen Dank.